So, da bin ich hier wieder und ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen nach Knossos. Ja, anderes System. Und dann hat es hier, was ist denn? Terum. Da soll man landen, hat es heißen. Ich habe mir ganz fix nachgeguckt. Also, der Tipp war schon mal nicht schlecht, dass hier die Allianz drauf ist. Hätten wir auch selber drauf kommen können. Aber noch bevor ich das noch ewig weiter suche, suche ich mal schnell. Squad annehmen. Ja, passt so. Mensch, da muss gute Fiederungen haben. Oh. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Äh, ja. Okay. Okay. Okay, das ist so ein Schlauchding. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt einfach mal entlang. Dann schauen wir mal, was so passiert. Okay. Ich glaube, kalt wird uns hier nicht. Wenn ich mich kennen schaffe, ist garantiert einmal da reinzufahren. Ähm, links. All den Jahren sieht es halt immer noch geil aus. Klar, enhanced, aber... Sieht top von der raus. Eigentlich ist das Ganze wie so ein interaktiver Film. Also von der Story-Aberweitung her. Äh, das ist jetzt aber gut. Wow. Guten Tag. Ah, diese Waffe. Die Steuerbung ist auch nicht gerade die geilste, muss ich sagen. Ähm, können wir wieder nach vorne fahren? Nein, nicht allein. Ah. Ich habe es gesagt, ich fahre da noch mal rein. Äh, sonst kannst du was trinken. So. Da vorne hat es ganz viele rote Sachen. Bitte lass es nicht wieder so ein beschissener Wurm sein. Äh, was, 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 was? Ich glaube nicht, dass wir diese starke Seite frontal angreifen können. Ähm. Kann ich da reinfahren? Ja. Kann man. Alter. Fahr rückwärts. Diese Steuerung. Okay, das war mal ein Turm. Geht die Tarn. Sonst noch jemand? Okay. Ich glaube, es waren erst mal alle hier. Oder haben wir noch ein paar? Ja, da. Ja, ich würde mich halt nicht hier ausstellen, wenn so ein Vehikel auf einmal hier herkommt. Ähm. Wo sind wir jetzt? Raffinerie nach wie vor. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Schauen, was wir da so haben. Sofern wir da überhaupt reingehen können. Sieht noch ganz viel nix aus. Das ist ganz viel nix hier. Schauen wir da drüben. Ich hatte... Na, da ist zumindest immer drin. Wenn das stimmt von der Minimap. Ähm. Was kann ich jetzt ein Gleiches machen? Sabotage überhitzt die Waffen. Biontech-Fertigung werden innerhalb einer bestimmten Reihe des Temperaturen unterbunden. Selbst bei der Beschuss werden Teile des Schilds wiederhergestellt. Fandliche Schilde an einer bestimmten Reihe des Werten beschädigt. Das macht Sinn. Haben die Schilder verloren. Okay. Aber hier können wir Sachen einsammeln. Wir haben sie alle gemacht. Auf dem Schiff würde ich es dann sagen, schauen wir mal wegen den Waffen. Torsteuerung. Achso. Das macht Sinn. Okay. Dann werden wir weiterfahren können. Dann schauen wir da unten mal hin. Ob wir da irgendwas tolles haben. Alles mitnehmen, was nicht irgendwie fest ist. Da jetzt... Da hat er uns das Tor zugemacht, oder? Nein. Na, das wäre der Hauptding gewesen. Das sind auch die gigantischen Geschütze da. Ich glaube, das lassen wir zu. Aber hier ist noch ein Gegner. Überhitzen. Ich will das schön plündern. Wirklich nicht, ob ich das aufmachen will. Da sind die Geschütze da draußen. Nee, das lassen wir mal lieber zu. Den Stress würde ich jetzt nicht haben. Dann fahren wir erstmal weiter nach hinten. Und Garus braucht den Medkit. Gut. Ciao, Jungs. Schön war's. Das ist schon richtig hier. Ja, ist richtig. Nicht, dass ich gerade wieder zurückfahre. Und da haben wir wieder Kollegen da vorne. Schaut aus wie so Spinnen. Auf jeden Fall eklig. Und wir haben noch so einen. Ganz da hinten, der uns auch noch getroffen hat. Haller. Da war. Wieder geben wir aber EP und vielleicht Loot. Ja, das ist schon richtig. Aber ich will mich nicht mit drei Geschützturmen anlegen. Hört nicht gerne Wumme, die da irgendwie... Schon wieder so ein Schiff. Ah, schon wieder überhitzt. Oh, was ist denn was los hier? Alter, auch noch mit Raketenwerfer. Also wegen der Steuerung, ne? Man fährt immer in die Richtung, in die man hinguckt. So links, rechts. Ist nicht. Fahr rückwärts. Halt nicht mal. Diese Steuerung. Mann. Schieß, schieß, schieß. Okay, ich glaube, da können wir mit dem Auto nicht mehr weiterfahren. Jetzt müssen wir ein Stück reinfahren, könnte man ja. Oh, wir können doch weiterfahren. Was ist das volles schöne Wetter, aber... Splendid. Und jetzt hat er von mir gesagt, geh mal raus. Ich spiele ihn noch so nicht. Es tut mich massiv zu sehr anfixen. Viel zu spannend. Aber es werden noch so viele Stunden brauchen, bis wir da durch sind. Gibt es noch mehr Stress, oder...? Ne, es klappt mir so. Was haben wir hier hinten? Gibt es sowas zum einsammeln? Ich schau mal. Sieht ein bisschen schräg aus. Hier kann ich nichts machen. Bist du, was mich die Fahrzeuge erinnern? Und zwar an die Pushback-Fahrzeuge. Dass du da quasi mit dem Flugzeug gerade so reinfährst. Und dann Pushback machen. Das ist schon ein bisschen zu nah dran gepaucht. Aber hier gibt es nichts. Nur versuchen, was wert. Na, weiß ja auch die. Tö. Gut. Dann tüßen wir wieder. Okay. Dann tüßen wir wieder. Kann ich die euch einfach rumfahren? Geht das? Ich kann die einfach rumlieten. Ich glaube, so mache ich es. Also zumindestens bei den kleinen. Doch rüberfahren. Hi, Jungs. Oh, shit. Ah, da haben wir verbremst. Es tut mir jetzt aber leid. Oh, jetzt wird es gerade noch mal ein bisschen gelegt. Das erste Mal jetzt in dem Spiel. Äh, blockiert. Aber ich glaube, hier müssen wir effektiv zu Fuß gehen. Ähm, wo ist... Da. Das hätte ich gern. Es sieht nach Stress aus hier. Rein schon, wie da die Steine angeordnet sind. Feindberührung. Ich habe es gesagt. Ah, komm. Okay. Komm, geht es mal bei dir noch da vorne. Dann Raketenschütze. Wir haben die Schilde verloren. Aber ist das ein... Nach wie vor. Hammer. Schade, dass man die nicht spielen kann. Gut, ich bitte auch nicht für Sinn machen. Aber ist... Ist schon nice. Oh. Noch ein Sniper. Ich bin einzig, der hier snipen kann. Ja. Treffen wäre gut, ne? Wer ist der letzte? Ach da. Wow. Eine fucking Rakete. Okay. Aber der Schuss... Er wird mir noch angezeigt. Ach. Er da. Und noch einer. Wir haben alle erwischt, Shepard. Ah, nee. Okay, das war der noch. Ah, Sniper ist halt schon mal eine Lieblingswaffe. Da oben gibt es Stress. Okay, keiner. Was die Schaden macht. Ist noch irgendwo einer. Wow. Also für... In der Zukunft, wo wir es sind, sind die Raketen aber unglaublich langsam, ne? Immer zum Vorteil für mich. Jetzt die Raffaellerie hier. Hit. Okay. Fuck. Fuuuuck Fuuuuck Ähm Ähm Fuuuck Ähm How am I this here? Äh Sowas wie ne Verdammt Was bist du? Holy shit Was? Was zum Was zum Was zum Wurduk wie neu Alter Ich war mir eine Waffe jetzt Fack 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 Alter das schaff ich doch nie Ähm Ihr macht's Ihr macht's schon Scheiße Wow Okay Das war jetzt grad ein bisschen zu viel Okay Letzter Spielstand Ich hoffte er ist nicht zu weit zurück Ach eh grad hier Oder was Jetzt tun wir grad mal schnell Autoaufstieg Grad bei allen Vielleicht ist das entsprechenden Bonus Äh Ausrüstung Haben wir hier was besseres 160 Ausrüsten Ja Nix besseres Aber hier Ich würd sagen Dich nehmen wir mal Prezisionsgewehr Dich ausrüsten Und hier Was haben wir noch als Upgrade? Mehr Stabilität Präzision Machen wir Präzision Irgendwo entdecken gehen Dass du dich von allen Seiten beschossen wirst Sagst du so einfach Ähm Einerseits hab ich gern das Erhöht den Schaden beim nächsten Schuss mit Der Präzisionsgewehr Oder was Fähig wird innerhalb Machen wir halt das Haben wir die Wie voll schnell wir sind Fuckin geht Scheiße 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 Waffe überhitzt Ähm 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 Pistole Ähm Ich kann's nicht nur nutzen Scheiße Ähm Scheiße Jetzt Ähm Muss ich weggehen Alter Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ahhhh Okay Ich glaub ich mach ein Rückzieher nach hinten Und lauf weg Ähm Aber dann können die doch nicht Hochspringen Erstmal mal die Taktik Ähm Ich erkenn das Ich darf jetzt einfach mal schön nach hinten Ich darf jetzt einfach mal schön nach hinten Das Sliper Oh das hat funktioniert Oh das hat funktioniert Oh 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 Okay das ist die wesentlich bessere Taktik Das ist die wesentlich bessere Taktik Okay Okay Puh Ich bin bereit Waren das jetzt alle? Ne Was? Was? Nein Was war das denn jetzt? Ah Mann Links aus dem Deckungermaßen Könnte ich nicht einkreisen Jetzt ganz gleich nochmal Ich glaub der Der Oberdude da hat mich jetzt erwischt Und dann versuchen wir mit nach links Darf jetzt selber drin Okay Einer von den Dudes noch Ich bin bereit Okay Ich bin bereit Okay jetzt muss man irgendwie dieses verdammte Monster da unten umbringen Aber zuerst will ich die kleinen wegkriegen So wie es geht Ah Schon mal weiter wie vorher Sehr gut Ja bleib schön da hinten Ähm Hier zwei kannst du eigentlich auch mal mitschießen Nur mal Ah da ist ja auch noch einer Okay Den werden wir auch noch irgendwie kriegen Der darf mich einfach nicht erwischen Der darf mich einfach nicht erwischen Ähm Jungs Könnts hier mal bitte nach vorne laufen? Ähm Könnts hier mal bitte nach vorne laufen? Oh Ähm Schild Boost Fände ich hier Schildern bestimmt rein Das wird beschädigt Ich mach jetzt nochmal den Upgrade Weil da hatte ich ja Scharfschätzung wäre ja das in einem Boost 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 Arschloch Wow Das war jetzt ne Hürde Ey Ich würd mal sagen wir müssen da rein Puh Ähm Ja Ich glaub es ist jetzt mal gar nicht so schlecht wenn ich sag ich tu mal hier speichern Nur für den Fall der Fälle ich will das nicht nochmal machen und wir brauchen bessere Boomen und Upgrades. Da geht's. Wo auch immer wir da hingehen. Meint ihr auf dem Radar? Ähm... So tun wir. Was ist noch einer? Ach, da unten. Oh, die Scharfschütze sind oben jetzt einfach am geilsten. Holy shit. Da geht's ein bisschen nach unten. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Äh, Kollegas, kommt's hier? Ja, wenigstens hat's einen Vorstuhl. Hier gibt's ja... Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Sollen wir jetzt da runterfahren oder da hingehen? Bzw. kommen wir da überhaupt durch? 50-50, dass wir nicht durch können. Und der Hauptschalter ist natürlich irgendwo da unten. Und der Hauptschalter ist natürlich irgendwo da unten. Woa, woa, woa. Was bist du? Ja... Hm... Ach Nö! Das war ne beschissene Drohne. Vorher ging ein Kampfläufer gewonnen und jetzt war ich von der Drohne gekillt. Super. So, Kollege, komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Abkühlen lassen. Nächsten Kollegen. Lauf jetzt mal vor. Stimmt doch gar nicht. Gut. War da sonst noch einer? Ne. Dann werden wir jetzt mal da durchraschen. Wieder zum Aufzug. Diesmal mit einer anderen Waffe. So, mit dir. Kann ich durchgehen? Ne. Wäre vielleicht noch interessant für uns so ein Schild. Wenn so aus... Eigentlich ist die zweite, du weißt es noch gar nicht. Wir waren schon mal da in einem anderen Leben. So, wisst ihr was? Hier soll jetzt mal nach da vorne gehen. Ähm... Ähm... Scheiße, wir haben einen dauernd. Das sind jetzt nicht die Allerhellsten. Ähm... Wir brauchen Medikin. Machen einfach keinen Schaden. Keiner? Ne. Dachte, der wäre für mich gewesen. Ja, war's auch. Mich hat's umgenutzt das letzte Mal. Wenn jemand einen Tipp hat für eine gute Taktik im Mass Effect 1, gerne sagen. Ja, klar. Also das mit dem nach oben fahren könnte jetzt spannend werden. Und hier gibt's Stress. Ähm... Will man hier ja schon mal speichern. Das ist aber... Da ist ja jemand drin. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Halle! Ich brauche Hilfe! Liarazzoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand an mir suchen würde. Hören Sie zu. Die Systeme, die ich bin, ist zu einer Art roteanischen Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie sich rausholen, okay? Eine Art magnetisches Energiefeld versperrt den Weg. Es ist ein roteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Geht schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Sie sind selbst schuld. Das wäre jetzt gerade ein bisschen fies. Ähm, ja, was können wir tun? Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Organer bei Ihnen geht. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ausgetestet hinter das Barrierefeld zu kommen. Okay. Ja, das sind auch schon die Kollegen. Ich würde sagen, wir sagen da mal Hallo. 19! Ich muss gleich mit der Deckung arbeiten. Und schon wieder einer da. Okay, ich werde den Squad nicht so anders machen. Ich glaube, das war der Rote, ne? Ja, ich glaube, das waren alle. Jetzt wird zurückgezahlt. Ja, du, mein Junge, brauchst, glaube ich, mein Medikit. Aber ich kann dir leider keins geben. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Wie in Lasersteuerung. Ist das cool, den anzumachen? Äh. Okay. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Okay, so, so, so. Dann war es oben, ne? Oh, cool. Okay. Das war ja einfach. Was? Und zum Ausschalten ist auf der anderen Seite das Raum ist. Also, die geht haben es aber schon nicht drauf, wenn wir das so einfach machen können. Was ist das hier? Oh, ich glaube, du hast gar nicht unrecht gehabt. Es ist auf der anderen Seite vermutlich. Ja. Okay. Kann ich jetzt einfach hier so reingehen? Wie? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Ja, direkt vor dir ist so ein Laser-Dings. Das haben wir mal eingeschalten und dann unten runter und hinten rauf. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Augenblick, Commander. Ihre Mutter arbeitet mit Saren. Können wir ihr vertrauen? Ich bin nicht meine Mutter. Ich weiß nicht mal... Ich weiß nicht, warum Benesia sich Saren angeschlossen hat. Ich will mit diesem thorianischen Bastard nichts zu tun haben. Wenn Sie zu Saren gehörte, würden die Gates Sie nicht töten wollen. Jo, ciao, Rui. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Gates auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht zehn Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Ähm, ja, Fluchtplan? Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zur Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit acht Minuten. Kein großer Spielraum für Fehler. Okay, zwei Minuten zu Fehler machen. Und der geht nicht ganz nach oben hier? Was ist das? Oh oh. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre amüsant alt. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Rauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Genau die richtige Atmosphäre für einen Kampf um Leben und Tod. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Ja, toll. Ähm, was machen wir? Überhitzt. Und was kann er machen? Erlaubt dann schon Gewässer ohne Überhitzung. Ähm. Schildpost. Scheiße, 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 scheiße. Okay, der war erledigt. Wir müssen hier raus. Unbedingt. Okay. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Besser als gedacht. Los, los, los. Ja, war knapp. War knapp, Commander. Noch zehn Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und ihr Pilot macht noch Scherze? Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit ihrem Volk, Commander. Aber ich bin ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Gate hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten, proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Und jegliche Informationen, die Sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass Sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Wir haben schon so ziemlich alle nichtmenschlichen Volksvertreter an Bord. Dann können wir ja auch gleich noch eine Asari aufnehmen. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Get haben versucht, Sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Gate. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran. Wir alle zählen auf Sie. Ja, spannend. Das waren einige neue Infos. Und hi, Rui. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, wird immer schräger. Und langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Wow, ich bin gespannt. Es ist so spannend. Ich will ein bisschen, bis es weitergeht. Ich mache jetzt aber erstmal eine ganz kleine Pause. Fünf Minuten. Kurz Frisch machen. Dann bin ich wieder da. Und dann schauen wir mal, was noch auf uns dazu kommt hier. Also, bis gleich. Erstmal gibt es Musik.